Der Müll ist voll, der Müll ist voll, der stinkt nach irgendwas. So, sehr schön. Ja gut, ne? Den Reifen noch wegpacken. Jetzt kann ich das alles wegpacken, ich verstehe nicht, warum ich das vorher nicht konnte. Ich will keine Werkstatt kaufen. Ich will Leute, ich will, ich will hier Mitarbeiter haben. Damit ich mich schon um den ganzen Schruz kümmern muss. So, da, 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 da. Schönen guten Tag, ich fick hier nur mal kurz durch. So. Ach, Sie haben was gefunden? Das ist sehr, sehr nett. So, zeigen Sie es mal. Oh, Sie sehen aus wie meine Oma Knuthilde. So. Wer von Ihnen hat das jetzt gesagt? Kurios, kurios. Hulk Hogan, waren Sie das wieder? Hab ich irgendwas? Oh, ich hab was. Ach, ich hab. Ich muss Sachen nachbestellen. Guten Tag. Ich hatte Angst, dass wir uns verletzt haben. Ja, keine Sorge, keine Sorge. Schnauze. Äh, ich muss gucken, ich muss gucken. So, ich muss gucken. Wo war das denn? Lieferung. Produkte. Die Leute wollen das hier. Ja, dann bestellen wir halt das. Ja. Ja. Vielleicht noch davon's wehe. Ja. Trinken vielleicht noch. Nee, ich hab mich verdrückt. Okay. Nicht genug Platz? Warum? Ach, das ist doch doof. Ich frage mich gerade, wie viel ist in so einem Paket drinne? Hm. Guten Tag. Guten Tag. Machen Sie es gut. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, Sir. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Ja, was soll ich sagen. Ich bin immer noch da. Machen Sie es gut. Nice. Ja, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, warum diese hässliche Uhr hier noch steht. Ich muss die irgendwie mal wegmachen. Kann ich das nicht umstellen? Kann ich nicht, leider. So. Hier ist auch nichts. Was? Ach ja, okay. Äh. So. So. Sehr schön. Dann gehe ich mal schnell zum Lager. Mach dem das mal auf. Komm's rein. Komm's rein. Komm's rein. Ist schon, äh. Nö. Also, ihr seht alle, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Nö. Oh, du, ich hab schon mit der falsche Knoppe gedrückt. Oh, du, ich hab schon mit der falsche Knoppe gedrückt. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Ja, äh. Nein, nein, nein. Abbrechen. Abbrechen. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Oh, du, ich hab' die falsche Knoppe gedrückt. Oh, du, ich hab' die falsche Knoppe gedrückt. Achso, Tankstelle, Zapfsäule, Parkplatz. Okay, interessant. Lagerwerkstatt Level 3. Ich will nicht, das ist alles zu viel. Kann ich keine Mitarbeiter kaufen? Mitarbeiter, Mitarbeiter. Ich hätte gerne ein paar Mitarbeiter. Dekoration. Was kann keine Mitarbeiter? Angestellte ist noch, ach, das ist noch. Schönen guten Tag, Omi. Verlegst du mich heute Morgen? Was? So, darf ich nicht aus der Rolle fallen? Das freut mich, dass euch das Spiel gefällt. So, Omi. Ach, da kommt der Nächste. Schönen guten Tag. Wir kommen auf unserem Platz. Ach, Halkogen schon mal da ist. Das ist geil. Halkogen zittert. Das finde ich nicht gut. Guten Tag. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Machen Sie es besser. Entschuldigung. Haben Sie gerade geklaut? Hallo. 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 Na ja, gut. Dann lassen wir das mal so durchgehen, ne? So, ich muss streichen. Ich muss streichen. Alle auf Entzug bei dir. Oh, hör auf. So. Guten Tag. Ich hoffe, die Toilette war in Ordnung. 1,50 kostet Toilette. Alter, alter Falter. Da muss ich noch mal mit der Cheffe reden. Das ist ja ein Bucher. Guck, da hätte doch kein Schwein pinkeln. Der Müll ist voll. Kunde am Kraftstoff. Ich brauch mehr Leute. Ich brauch... Oh, der Police. Polizei. Mensch. Guten Tag. Machen Sie es gut. Guten Tag. Entschuldigung für die kurze Wartezeit. Haben Sie auch einen schönen Tag? Oh, gut. Die Roth ist wieder da. Mensch, ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich mal nach einer Dings fragen. Nach einer Autogramma. Ich bin halt echt schüchtern. Machen Sie es gut. Banane. Der Müll ist voll. 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 So. Einmal. Und jetzt weht es mal. So. Sehr schön. Wie sieht es aus? Ach, wundervoll. Oh, das ist ja vermös, du. Das ist vermös. Das ist vermös. Hä? Ich will nicht, dass... Oh Gott. Oh, da hat mich gerade der Vogel angeschissen. So. Ich wollte nicht das Dach streichen. Ich wollte die Unterseite streichen. Okay, wir kaufen jetzt die Werkstatt, wenn es so sein soll, dass wir hier vorankommen. Bitte. Aufgabe erledigt. Werkstatt gekauft. Immer diese random Bananen. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Ne? Okay. Warte auf Kunden in der Werkstatt und repariere Auto. Okay. Ich werde dann mal kurz ins Management gehen und werde mal die Zapfsäule und den Parkplatz schließen. Okay, das ist geschlossen. Alles klar. So. Das ist also unsere... Oh Gott. Wie das hier schon wieder aussieht, du. Erstmal rein hier. Ach, Mensch ey. Das nimmt ja alles kein Ende. Wo soll das nun sein? Nur Enden. Da arbeite ich mich ja kaputt, du. Schnauze. Ach, wie Wahnsinn. Hab ich mich erschreckt? So. Ja, ne, du. Dann warte ich mal. Okay. Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind Pitstop. Und wir machen auch Carglass. Guten Tag. Was ist denn? Sie zittern. Was haben die Leute alle? Hallo? Ja, bitte? Ja, Auto ist wieder repariert. Wunderbar. Dankeschön. Machen Sie es gut. Ich kann da nicht draufdrücken. Was? Hä? Hä? Also. Das ist. Ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Da ist. Ja. Er speichert. Aber. So. Wie streichen wir jetzt? Was ist denn? Hier in so einer wunderschönen Farbe. Bleib im Grünen. Oh nein. Ich hab. Ja, okay. Wir streichen halt einfach nochmal. So. Oh. Äh. Kunde. Warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Bleiben Sie da. Okay. Schönen guten Tag. Äh. Okay. Wo drückt denn der Schuh? Hallo? Kratzerentferner? Gehen Sie mir doch mal bitte aus dem Weg. Was ist das? Ein Scratch Remover. Hier. Okay. Okay. Warum wird das nicht angezeigt? So. Schnell wird das gemacht bei uns hier, ne? So. Okay. Okay. Was haben Sie hier? Was haben Sie hier? Haben Sie hier irgendeinen? Okay. Ich hab keine Ahnung. Schnell. Äh. Wir nehmen mal ihr Rad. Was haben Sie? Ach. Sie haben ihre Dings. Ach. Das tut mir aber leid. so. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles war. Ich hoffe. Ich hoffe, das war jetzt alles bei Ihnen. Äh. Schnell. 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 Oh ja. Ich hab keine Miros. Oh doch. Ich hab Miros. Guck mal. Hier sind Miros. Äh. Schnell. Und der neue Spiegel wird eingesetzt. Prima. Ah ok. Der sagt mir Bescheid. Wunderbar. Äh. Ich danke. Ne. Machen sie es gut. Bis zum nächsten Mal. So. Oh. Ich will keine Ersatzteile bestellen. Das wird immer so teuer. Der Geist. der verlorenen Weihnacht. Spiegle, spiegle an de Wand, wer ist de hässlichste im janzel Land? Früher haben de Kinder in de Schule gesagt, immer dat bin ich. Dat hat mich immer... Ich kann nicht bestellen. Lieferung, Autoteile? Ach doch. Okay, ich bestelle einen Spiegel, einen Scratch Remover und ein Rad. Wenn der Lieferwagen packt de Dinger aus, ne? Gut, okay, wenn der Lieferwagen kommt, packe ich alles aus.